Dieses Video zeigt anhand der Verwendung eines Individu-Sets, wie ein aseptisches und steriles Arbeitsfeld in der Zahnarztpraxis geschaffen werden kann. Implantologie wie auch andere chirurgische Eingriffe gehören in vielen Zahnarztpraxen zum alltäglichen Behandlungsspektrum. Bedingt durch neue Techniken werden auch komplexe Operationen wie Knochenaugmentationen vermehrt in Praxen durchgeführt. Die professionelle OP-Vorbereitung gewinnt daher immer mehr an Bedeutung, gilt es doch in den gegebenen Räumlichkeiten ein keimarmes Umfeld zu schaffen, um nachhaltig den klinischen Erfolg zu sichern. Dabei sollte das Behandlungsteam aus mindestens drei Personen bestehen, einem Arzt, einer sterilen Assistenz und einer Assistenz für den nicht-sterilen Bereich. Um einen reibungslosen Ablauf der OP zu garantieren, sollten die OP-Abläufe und Aufgaben im Vorfeld im Team besprochen und festgelegt werden. Während die sterile Assistenz dem Arzt während der OP die Instrumente zureicht, fungiert die unsterile Assistenz als Springer im Hintergrund. Um Infektionsquellen größtmöglichst einzudämmen, sollte, nachdem alle nicht benötigten Gegenstände aus dem Arbeitsfeld entfernt wurden, eine gezielte Fußboden- und Flächendesinfektion durchgeführt werden. Die ausreichend benetzten Flächen sollten ohne Nachwischen abtrocknen. Kleinere Flächen wie Dental-Einheiten und OP-Ausstattungen können mit Tüchern wirksam desinfiziert werden. Nach der Desinfektion der kritischen Arbeitsbereiche zieht die unsterile Assistenz neue Handschuhe an und kontrolliert das OP-Set auf Unversehrtheit der Sterilverpackung. Sie kontrolliert auf dem wiederablösbaren Etikett das Verfalldatum und klebt es zur Dokumentation in die Patientenakte. Somit wird nachgewiesen, dass die sterile Abdeckung gemäß den gesetzlichen Anforderungen an OP-Abdeckmaterial und OP-Bekleidung erfolgte. Die Sterilverpackung wird aufgerissen und die sterile Innenverpackung entnommen. Vorsichtig öffnet die Assistenz das Umschlagpapier an den Laschen, ohne dabei die Innenseite zu berühren. Anschließend entnimmt sie die sterile Umverpackung der Kittel und legt sie für die sterile Assistenz bereit. Unmittelbar nach der chirurgischen Händedesinfektion schlüpft die Assistenz mit beiden Händen in die Ärmelöffnung des chirurgisch gefalteten OP-Mantels. Mit gestreckten Armen lässt sich der OP-Mantel dann selbstständig entfalten. Die unsterile Assistenz hilft beim Verschließen des OP-Mantels. Sie verschließt zuerst den Klettverschluss am Halsausschnitt und verbindet danach die Innenlaschen des Kittels mit einer Schleife. Auch bei der Zureichung der sterilen Handschuhe ist die unsterile Assistenz behilflich. Beim Anziehen der sterilen Handschuhe ist darauf zu achten, dass die Handschuhaußenseite nicht mit unsterilen Flächen in Berührung kommt. Deshalb wird der Handschuh zuerst nur mit den sterilen Kittelbündchen angefasst. Um die Außenlaschen des OP-Mantels seitlich zu verbinden, gibt die sterile Assistenz den mit unsteril gekennzeichneten Bereich des Laschenkartons der unsterilen Assistenz und dreht sich einmal um sich selbst. Ab jetzt gilt die sterile Assistenz als keimfrei und sollte darauf achten, keine unsterilen Bereiche mehr zu berühren. Nun werden mit verschiedenen Abdecktüchern all die Bereiche abgedeckt, mit denen das sterile Behandlungsteam in Berührung kommen könnte. Unsere zweilagigen Absorber-Abdecktücher sind spezifisch für die Abdeckung der Arbeitsflächen gedacht. Die obere, hydrophile Fließschicht lässt Flüssigkeiten nicht herabtropfen, sondern saugt sie auf. Die untere Laminatschicht hingegen verhindert das Durchdringen der Flüssigkeiten und stellt eine absolute Keimbarriere dar. Mit Hilfe von ganzflächig leicht klebender Folie werden die Lampengriffe steril abgedeckt. Das Absaugsystem A1 wird vorbereitet und auf den kleinen Sauger der Dentaleinheit aufgesetzt. Kleine Flächen sowie Geräte können mit unserer transparenten Folie abgedeckt werden. Ein Klebestreifen garantiert den sicheren Halt der Abdeckung. Unsterile Kabel werden mittels Schlauchüberzügen steril abgedeckt. Dabei hält die unsterile Assistenz den unsterilen Schlauch mit der Kupplung so, dass die sterile Assistenz das sterile Handstück aufsetzen kann. Danach wird der Schlauchüberzug mit Hilfe des Einführkartons einfach über den Schlauch gezogen und mit dem Gummi am Handstück befestigt. Der Kühlschlauch wird mit dem Locher an die Kochsalz- oder Ringerlösung angeschlossen. Während die sterile Assistenz den Kühlschlauch am Handstück anschließt, legt die unsterile Assistenz das Pumpsegment des Kühlschlauchs in die Umlaufpumpe der Chirurgieeinheit ein. Um während der OP die Chirurgieeinheit bedienen zu können, wird diese mit einer transparenten Folie steril abgedeckt. Eine extra- und intra-orale Desinfektion reduziert die Anzahl vorhandener Mikroorganismen in und außerhalb der Mundhöhle und minimiert somit das Infektionsrisiko. Die Mundhöhle wird mit einem Schleimhaut-Antiseptikum entweder mit einer Spülung oder punktuell mit einem sterilen Tupfer desinfiziert. Die Mundregion wird mittels Desinfektionsbesteck und einem Haut-Antiseptikum desinfiziert. Es ist darauf zu achten, dass der Schwamm nur in eine Richtung, nämlich von der Mundhöhle weg, nach außen bewegt wird. Die gelbliche Farbe auf der Haut verschwindet nach sehr kurzer Zeit. Je nach den Anforderungen des Behandlers kann die sterile Abdeckung des Patienten mit unterschiedlichen Ausschnitten erfolgen. Das Patiententuch wird zuerst auf den Patienten abgelegt, um es anschließend über ihn auszubreiten. Die Befestigung der Patiententücher mit Ausschnitt erfolgt entweder mit der Tuchklemme oder mit dem OP-Tape. Beim OP-Tape wird der Klebestreifen so an die Kopfform des Patienten adaptiert, dass das Patiententuch nicht mehr verrutschen kann. Das Patiententuch mit U-Form wird mit der Klebefläche einfach am Kinn fixiert. Schlitztücher werden zuerst am Kinn fixiert. und dann hinter dem Kopf des Patienten wieder zusammengeführt. Der hintere Kopfbereich kann dann mit einem einfachen Abdecktuch bedeckt werden. Das Arbeitsfeld ist nun so vorbereitet, dass sich der Behandler steril ankleiden kann. Nachdem sich der Behandler die Hände chirurgisch gereinigt und desinfiziert hat, ist ihm die sterile Assistenz beim Ankleiden des OP-Mantels und der Handschuhe behilflich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Behandler und seine Assistenz sind nun bereit und können mit dem chirurgischen Eingriff beginnen. Individu-Set bedeutet, dass Sie sich Ihr eigenes Set selber zusammenstellen können. Ihre Kompetenz bei der Zusammenstellung der einzelnen OP-Komponenten ermöglicht es, Kosten und Vorbereitungszeiten zu reduzieren. Unsere Qualität und Know-how bei der Fertigung gibt Ihnen Sicherheit bei der Umsetzung von Hygieneanforderungen und Richtlinien. Das Individu-Set vereint beides, Ihre Kompetenz und unsere Qualität.